Ja Leute, Willkommen zu einer neuen Folge des Season Graft und ja, ich bin gerade in der Ansage alleine, weil die anderen Bobos einfach irgendwie keinen Bock auf mich haben, außer Pascal vielleicht, ne? Und ja, ähm, heute ohne Nego, weil der Kopfschmerzen hat und wir sonst nicht aufnehmen können, müssen wir jetzt endlich mal irgendwas tun. Und ja, äh, erst mal, wo ich eben kurz Pascal schreibe, ich nehme mal schon auf. So, und ja, ich mache jetzt stuff, die anderen haben eh schon irgendwas gemacht, also ist mir das jetzt erstmal egal, ich werde mich auch gleich entmuten, damit die endlich mal begreifen, dass ich aufnehme. Oder der Pascal sagt es dann einfach, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ich habe mal überlegt, vielleicht ziehe ich ja hier mal aus, weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich entmute mich so in ungefähr zwei Minuten, damit ihr die anderen Stimmen auch wieder hören müsst. Und ja, ähm, wenn ich mal wieder ein Video auf meinem Kanal, ich könnte jetzt mal eben kurz ein bisschen darüber reden, ja, wie scheiße das ist, keinen Bock zu haben und so. Ja, FIFA kommt erstmal nicht, weil ich überhaupt kein Wissler FIFA habe. Ich habe eigentlich generell irgendwie gerade überhaupt auf, gar nichts los, aber ist ja egal. Jetzt müsst ihr das Ganze schön, ähm, äh, euch mit antun, diese ein, zwei Minuten. Ich gehe mal in kurz zu Pascal, weil ich möchte mal kurz gucken, was der gemacht hat. Ein bisschen Schleichung machen eventuell. Auch gut. Ah, der Bot, der Blöcke, was ist da los? Interessant hier, mhm, sehr interessant, mhm, ja. Ja, interessant, ja, interessant. Hier sind halt, hier ist ein Weg nach unten anscheinend, da so so Treppe und so. Ne, ihr wisst, was ich meine, ne. Seht ihr ja hier auch, ne. Also, gut, dass er sich fragt, er sich nicht fragt, warum ich hier will, aber egal. Okay, aber wo bist du? Ah, er geht gerade. Wo bist du, was? Hast du bei dem Haus? Ja, bei meinem Haus, aber ich kann ja schon, als würde ich töten. Versteckte es halt einfach bei mir gleich. Okay, jetzt wieder da ist. Auf dem Minimum, fände ich mich doch. Ich schaue das alles, ihr Bobo. Weiß so. Ich bin der Beispiele, ich sag weiter, dass er aufnimmt. Darf ich nicht? Nein. Ach ja, nee, er tötet mich nicht. Okay, pass ihr, nein, Ritschen nicht. Oh, Mann. Gerade. Ja, wir sehen uns jetzt auch endlich in der Folge, weil, hallo. Der lämpt doch gar nicht auf. Doch. Hä, warum nimmst du einfach auf? Er hat die ganze Zeit aufgenommen. Ja, ich habe es für's Geld geschrieben, aber ist ja, na. Weiß aber, ich finde den, ich verstehe das nicht. Musst du auch nicht. Ja. Darf ich sagen? Ich weiß ganz selber nicht, was ich genau machen will. Ich habe ganz genau, planen, was ich mache. Mich töten? Ja, macht das. Nein, der Plan zählt leider verflussend. Es ist so leise, glaube ich nicht. Wie geht? Es ist ein bisschen leise, glaube ich nicht so. Das schon hier. Er wollte nur zu mir kommen. Ja. Ganz, ganz, ganz. Ich glaube, das ist nicht irgendwie hier. Cool, die Typen, die besuchen gehen. Das ist nicht so. Weiß jetzt, fang ich damit an. Was? Ja, sie schon. Äh, töten. Halt die Fresse. Ach, hier gab es so letztens so eine Szene, war das nicht hier? Nee, so unten, oder? Na, zwei Eintracht. Hab ich dich doch gekillt, oder? Nein, fast getötet. Ah, okay. War ganz knapp. Anst, ganz knapp. War hier. Du weißt es noch genau, er weiß noch ganz genau, sei tot, sei fast totes worden. Ich muss sagen, dein Haus echt ziemlich. Scheiße, danke. Vielen Dank. Er wehrt mich, wenn du das sagst. Ja, auf jeden Fall. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Vier Minuten. Oh ja, geil. Das zehn. Vier Minuten? Vier. Was? Ihr, hey, man. Ich dachte, du hast länger aufgenommen. Ja, ich hab nur so zwei Minuten gelabert, aber ich keinen Bock mehr gehabt, da musste ich mich in den Minuten. Hab ich so ein bisschen mitgebracht, was dir so vorhört, aber. Ja. Hm. sehr dumm gelaufen würde ich sagen ja egal ein thema da kommt sowieso noch was ich sehe jetzt schon das hört sich zu mir so was geplant ja ich habe auch schon was geplant ich werde sie ich werde es ist schön in der aufnahme nicht zeigen weil ich weiß nicht aus der luftfliege aber juckt mich nicht da tut dich eh nicht weil davon müssen zu holen hierher auch was er weiß noch teilweise ja weil sie nach dem Namen worden wenn du ihn jetzt so ist nicht tödlich nein wird sie nicht mit den Nachnamen von der Schule ich auch zu müssen müssen zu können das ist das ist so wie vorhanden das ist auch ein bisschen wo auch also was er sich selbst meistern ja er hat Prozent 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 Kronik so zu tun es ist spätestens so zu besuchen ergänzt der Fall ist nicht so dran ich glaube ich das wird auch nicht so werden aufnehmen ja ich werde so ich glaube ich weiß was du eigentlich kann ich sowieso sagen, egal, egal, das ist jetzt hier kein Thema aber wir spielen jetzt hier Minecraft nein, wir spielen Minecraft, was? ja, ungelogen dafür, ich dachte, wir spielen Battlefield ach, ich hab hier so einen Eingang, das ist jetzt auch da, nein ah ja, da war ja wohl nein, nein, der ist nicht da ja, ich wohne jetzt ganz alleine hier, ist auch eigentlich immer chillig, ja und eigentlich wollte ich ja umziehen aber das traue ich jetzt nicht als ich mir hab ich mal geplant gehabt, irgendwann hier umzuziehen ja, geil, jetzt kannst du da wohnen, weil es sei denn, du willst was Neues anfangen, damit du wenigstens behaupten kannst du selber was alleine gebaut hey, ich hab aber hier auch viel gebaut ich hab hier auch viel gebaut, ja nicht so viel, aber ich hab auch hier gebaut jetzt kann ich natürlich jetzt hier das andere Zimmer benutzen als mein Zimmer weil das sieht viel geiler aus da hast du jetzt nicht mehr Mühe gegeben das sieht also wie geil aus das sieht also wie geil aus das sieht echt geil ja, ist ja interessant, sieht wie geil aus aber ich lass mein Bett, wie es dunkel ist und darf stehen damit ich Moment, wo ist nochmal der Adel, der ist toll weit weg, ne? ja, ähm, ist er schon ein paar Wochen näher seitdem die letzte Folge kam, würd ich sagen nein, 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 nein so lang gar nicht her, oder? nein, 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 eigentlich nein ja, keine Ahnung eine Woche höchstens ja, ich hab' eine Woche, wir waren kaum lange keine Folge, sagen wir uns noch nicht weil ich mach' einfach hier aus ganz menschen, mein Zimmer, als ich werde sonst umbauen jetzt wurde aber noch in unmittelbarer Nähe hast du gesagt, dass Niko krank ist? ja, hab ich gesagt also Niko krank, dafür wie das auch sagt werde ich dir auch bei mir in der Aufnahme sagen, damit ich brauch's ja nicht weiter ja, man das wird cool jetzt jetzt wird hier alles abgerissen geh mal abgerissen, du soll ich auch wieder Schleichwerungen machen? soll ich Schleichwerungen machen, oder nicht? für Fritz-Cola oder? ja, okay, das hast du eh gesagt ist eh kein Geld drauf ja, ich weiß naja, egal wirklich Schleichwerungen machen ja, vielleicht, äh, hier finden die mich irgendwie unwahrscheinlich, aber ah, keiner mach einfach Fritz-Cola in deinen Zappen rein ja, ja mach das, mach das jetzt wirklich mal, ruhig, ich bin Spanis, ich bin Spanis, ich bin Spass, das ist ja der Titelnetze der Schleichwerungen für Fritz-Cola, bitte da wird die dich noch leichter ne, ich habe eine viel Geldereinzüge in die Beschuldung ich liebe Fritz-Cola, alle bitte kaufen, dank schön, ihr das schützt mich dabei ne machst du anfangs so ein kleines, so ein vor Pre-Intro, vor deinem Intro, was du auch hast ja, ja sagst du, ja, hier, ich meine Schleichwerbung, bitte ich brauche alles Produkt Produktplatzment hier doch keines bekommen, das ist mir eigentlich relativ egal jetzt solchen Teamerfragen nö der Dekel zu dann war es zuletzt, all das ist schon lange her, wo ich gebracht habe so das kann alles für weg nein, wenn ich will nämlich mal irgendwie so ein Scheiß-Tempel draus dann frage ich dann einfach meinen Namen rein für dich könnte man doch immer wieder benutzen, habe ich sogar immer mal gesagt das hätte du auch benutzt ich immer mal 1 ja, aber das nervt von der Musik aber das ist jetzt wieder du bist doch nur einkündig, dass du kalt hast ja, ne, ich brauche eigentlich keins weil du meinst was oder nicht das, also, also Passivort zumindest, kannst du vergisst sowieso am meisten ich vergiss es immer ja, siehste ich hab's noch nie vergessen ich bin irgendwie stolz darauf ey, Junge, ich wette, ich finde ein Video, wo das nicht drin ist ja, okay, das ja, finde ich auch das sind dann so die Anfangszeiten das geht doch vielleicht gerade eine Woche hart dann ich habe hier wohl so was war das jetzt? äh Gerüche ich 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 glaube eigentlich nur gerade Planus na so oh jetzt hat er immer so ein bisschen Spiele für drei Jungen es hat er immer so ein bisschen Ohrwurr Peter Stüger ist ja bei Doppelmaß er hat Doppelpasses Nein und und Jodz Symbol ist bei das ist cool obwohl es auch cool ich bin beides cool ne ich hätte auch passen wenn ich weiß nicht wie du es nicht mag weil es voll eins ist einfach Doppelpasses ist einfach echt langweilig da sind irgendwelche Bildschirm das ist die türkische Version davon das ist die türkische Version davon ja egal oder das sind ja ich wollte auf das ich will eigentlich auf das Anspieler er hat geklappt er hat sich keine Ahnung worauf sie anspielen auf Prozent Serie bei diesen genannten Sender oder nicht er hat er gewöhnt nein da wo Doppelpass läuft der Sender er hat bei der 1 in der Sender in der Sender ja klar Fernseher Fernseher natürlich sicher ja er was denn damit hätte ich jetzt mal das ist das ist auch nicht erzählt erzulich hat und er geht es hier ich bin Prozent hat selber dass sich die Kursen ja aber da war ein Schmerz sei doch gern bei mir nicht guckt ich habe es auch nie geguckt aber ich will das für mich hat dabei Geld kreis macht es da siehst du so es ist einfach voll Idioten die ich schichtigen können s es ist nicht mehr als Randolzer es ist cool das würde ich muss sich machen gerade gerade einmal war auch dieser und einen Weg und das erzeugt worden das war so großartig ist ja oder so kann weil er so ist immer so ist man kann auch anreißen Hauder C er hat noch ein Teil von an die Welt das ist also dass ich also wenn ich zwei stelle ich verloren und ein Zeichen der Nini spielt an uns das er hat auch ich bin jetzt als hier zwei gehen immer weg hier in der Welt aber auch spielt einmal da doch der kann eine typische Torwart er greift doch gar nicht gewendet Prozent aus dem Weg solltest Ich mach die Blätter hier kaputt, diese Scheiße aus. Nein, nein, löscht es. Das gehört dazu. Hä, wieso kommt denn das Öl? Aber gar nichts zu nehmen, Mama. Da muss ja was drin sein. Hast du zufällig Akatienholz, Ritschi? Ja, ich hab gerade tatsächlich einen Baum gefüllt. Ah, sehr gut, danke. Hier, dann schmeiß mal rüber die Kalle. Mehr hab ich nicht. Ja, damit sollte ich ausreichen. Auskommen. Alter, warte. Das ist ausreichend. Ich find das Scheiße. Ich komm mal... Ah, nee. Ja, ich bin natürlich geil, Alter. Nein, du sollst sie... So. Wo bist du? Bist du? Dahinten bist du okay. Das ist der Wischbisch bei dir. Oh yeah, ist das schön. Freiräumchen, was ist hier? Irgendwo ist da bei dir eine Wischbisch. Ja, ja. Komm, die Klatschen mehr weg. Ich hab keine Ahnung, wo die ist. Das ist gut. Sieh, 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 sieh. Sieh, 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 sieh. Kann ich. Komm, sieh, 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 sieh. Oh, war ganzer Weg. Und zwei Tommys. Oh, mein Gott, wir stehen. Ich biete ich, sieh, 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 sieh. Oh, Herr, ich bin ja. Aber... Oh, mein Gott. Ja, zwei Redsort. Geil. Oh, ja. Oh, Matiko. Oh, Matiko. Oh, mein Gott. Ich bin ja... Oh, mein Gott, ich bin ja... ...und dann ernsthaft. obwohl es aber auch schon irgendwann mal gesagt doch ist die ausblieben aus dem ich weiß nicht groß dort auch machen was habe ich selber gesagt in meinen eigenen obwohl was aufnahm ich weiß nicht nur so lange aufhören nein also auf jeden Fall in Ordnung doch egal Leckner hoch auch gerade jetzt auch weg bohr Junge ist wirklich cool jetzt hier ich bin ich brauche an das Gerichter 1 sie ist mit dem Traum werden ich mache dass ich nicht alles um älter oder die Krise sich in und ich würde es noch hält was sagt hier wird das Teil als Alter und oder ich bin gefangen ich habe zu mir nirgst machen da ich wollte ich so gut und er ist krank tut mir richtig leid irgendwie ja auch Ah, das geht doch nicht.